Die Welt ist voll von komplexen, aber wissenswerten und interessanten Themen. Die Aufgabe von Lehre ist es, diese erreichbar zu machen. Wie gelingt eine Annäherung an den Lernstoff? Wie das aktive Konstruieren von neuem Wissen? Und mit welcher Methode kann das dann auch noch Spaß machen? Mit der Produktion von Erklärclips. Ein kleines, großartiges Format. Die Produktionsarbeit erfolgt in fünf Teilschritten. Bei der Reduktion werden von einem komplexen Thema die Kernaussagen herausgearbeitet und mit einer beispielhaften, sympathischen Person, einem alltäglichen und bekannten Beispiel oder mit einer logischen Abfolge verbunden. Es entsteht ein Filmkonzept mit Textinfos zum Sprechen und mit einer visuellen Ebene, auf der gezeichnete Elemente arrangiert und von Hand animiert werden können, um den später aufgesprochenen Offtext zu untermalen. Die Aufnahme erfolgt mit einfachsten Mitteln, die leicht zu organisieren sind. Ein gelochtes Brett, ein darauf liegendes Tablet oder Smartphone und eine geräuscharme Kulisse für die spätere Audioaufnahme. Mehr braucht es nicht. Die filmische Qualität ist gut und über eine Videoschnitt-App lässt sich der gesprochene Offtext einfach hinzufügen und passend zum Bild arrangieren. Die fertigen Clips zeigen, dass das bearbeitete Thema verstanden wurde. Und durch die Veröffentlichung entsteht ein Mehrwert. Die komplexe Botschaft kann viele erreichen und vor allem leicht verstanden werden. Zudem macht die Produktion von Erklärclips etwas, das fürs Lernen ganz wichtig ist. Es macht Spaß! Zudem macht die Produktion von Erklärung. Vielen Dank.